Ja, also ich mag das so, es sind sehr relativ wilde Hunderassen, die noch sehr naturnah sind, aber dementsprechend sehr schwer zu kontrollieren, also zu zähmen auch, also es sind keine Einsteigerhunderassen sozusagen. Hat Robert gerade geschrien? Ja! Robert, sag mal! Ich glaube, der spielt ein 16 Sky Wars oder sowas. Das tut mir sehr leid für ihn. Ja. Schön, dass du noch mal leid.